Ambushed Was sucht ihr denn? Oh! Es war keiner von beiden! Was? Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten! Wir sind wieder zurück bei Trouble in Terrorstarle Mit dabei lieben die Verdächtigen Stefan, meine Wendigkeit Chris, Andy, Luis und Marcel Die letzte Runde, die musst ihr euch geben Fuck, war die geil Dislike bitte die Folge Das ist unser eigener Kanal, dafür darf ich doch wohl Schleichwerbung machen Ja, ich dislike ihn mit unserem eigenen Kanal Doch, Stefan ist Traitor Der Abonniert alles Ich deabonier unseren eigenen Kanal, ihr Schweine Wow Mach mal, wer hier die Traitor-Room-Tür hat Johannes, du bist Traitor Aber hast du nicht Traitor, du weil ich dich beschuldige Du hast mich, du hast mich beschuldigt, also bist du Traitor Ja, es kann jetzt gleich Achso, weil Ähm, Chris Ähm, du bist beschuldig, du bist beschuldig Eskalation Eskalation Ja, schon Hallooo 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 Johannes geht nach unten Ja, dann hab ich uns der Onkelchen Eh, eh, eh Nee, darfst du nicht Das sagst du so, dich muss ich begleiten Ähm Ähm Hütter Blue ist tot ähm, ja das war ich jetzt aber nicht, das war ich nicht du bist doch grad runtergegangen, du Laberbacker ja, aber ich hab dich nicht gesehen naja, du hast es gesehen, halt die Fresse ich mach dich jetzt weg, du glaubst mal ich wurd grad, wo bin ich du, ich würd an dich denken was soll ich denn was, mach die da unten sei mein Spiel nicht ist jemand sterben, Kurt grad? ja ja hallo? ach ja hm gut, es gibt ja noch viele Möglichkeiten jetzt, oder? also, ich bin's nicht auch nicht, also, jetzt müssen wir dir Trader suchen ok ja 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 den ernst? mach hier n Ding oder ne? verdammt echt leer du hattest die gleiche Hoffnung wie ich mit Mel launchen oh, Sackgasse ah, fack ja, ich bin so schlecht jetzt Ausrede war genauso schnell ich hab den nicht weggemacht ja gut, aber ich dachte, was ist hier passiert, kommt er ums Ecklaufen, erst mal was er wegmacht, kommt es Ecklaufen liegender Chris und Johannes ja, ich hab noch ne Lemon Dings geworfen ich hab nur ne Lemon Edge schmeißen können, während ich verreckt bin und die hat ihn halt getötet ja, ich hab aber trotzdem nicht getötet ja, aber das, das war halt die Zeit, die ich brauchte, um mit der Ausrede, um dich näher zu kaufen das war eine geile Zeit geil geile ich denk mir so, hey cool, zwei Leichen und da so Momente liegen noch mehr, hm? hab irgendwie hofft, dass Stefan mich wiederbelebt ja, ich hab kein Geld mehr gehabt dann dachte ich mir wo ist denn, wo ist denn dieser wiederbelebt-Dinger überhaupt? das ist dieses Herz mit diesem Sacken ach so, ein Herz für Stefan also so viel viel gelacht wahrscheinlich werde ich in Zeit, hier nie, aber ab sofort nie wieder Trater guck mal, als auch da nicht weiter du wärst nur, du wärst nur wieder Trater ich bin, ich bin jetzt Polizei-Typ Polizist äh, du bist schon nicht du fasz da gar nicht rein, ich bin so fett für den Wagen äh, die Pizza überhaupt gesund? Häh, schmack die Pizza auf! Dani spielt mit Pizza Oh das ist ein paar Jahre dieser Ehebieter ist die 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 er ich bin oben da wo jeder auf ist hallo die 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 hallo pizza ich habe das gewinnert Irgendeiner hat hier grad einen Deathring oder irgendwas aktiv. Ach so warte mal, warte mal, komm mal mit, komm mal mit. Nigg, nigg, nigg. Stefan, wir haben mit einem Leute weggemacht. Tauben! Ha! Nein, nein. Nimm's jetzt, man! Äh, machst du mal selbst! Noch wohlmutig. Ich hab nur gesagt, dass euch die Pappen die Tauben nicht geblieben hat. Das stimmt, das ist echt so echt Edensbeste, Karma. Das war richtig Karma, ey! Wer war's denn jetzt? Ich lebe nicht höchst! Ich lebe doch. Hehehehe. Leider. Wie kann die Taube euch da nicht getroffen haben? Vor allem, ich hab ja gar nicht gesehen, wen Chris weggemacht. Ich hab einfach geschrien, Chris, er möchte mit der Taube weg. Er hat keinen Wegmachen. Ich hab's versucht, ja. Ach so. Ich hab gar nicht drauf geachtet, ich hab nur gesehen, Chris, Melone, okay, das muss eigentlich an Stefan gerichtet sein und hab auf Chris geschossen. Ja gut, sie war auf mich gerichtet, so was sie nennt. Mhm. Vor allem, ich hab noch welche weggemacht. Ja? Ich hab die Taube nur gesehen und hab einfach... Was ist grad passiert? Hast denselben Gedanken gehabt, ne? Ja, ja, ja. Oh, Gott. Aber Stefan, was du meinst, war, ich glaube, der... Tester. Das kann auch sein. Weil ich weiß nur, dass... Ja, weil... Was ist da grad explodiert? Wer hat mich schon wieder versucht... Ich nicht, ich hab selber gesehen, dass da was auf... Nein, ich war's nicht, ich hab selber gesehen, dass da was auf... Ich bin's ja ne ganze Zeit hinter dir. Also, Marcel war's nicht, definitiv. Oh. Ey. So, sorry, Louis hab ich nicht gesehen, da kam er noch ein erster Typ. Ne, das ist irgendwo... Ist irgendwo rum in die Mitte gekommen. Das könnte Louis... Doch, das könnte Louis gewesen sein. Bei einer meiner Schreizung ungefähr war das. War am Trader-Tester. Die ist selber an mir vorbeigefug. Du warst im Trade? Ach so, im Tester. Im Trader. Im Trader. Der, der hat... Wer hat sich die Smoke geworfen? Hast du die Smoke geworfen? Das war meine. Ach so. Ja, okay, weil dann hätt ich gedacht, dass... Vielleicht der Trader war. Nee, die Smoke hab' ich geworfen und dann... Ich lauf mich schnell zu 15, ziehenet den Test von der NSX... In, ja genau... Johannes, Johannes, Johannes... Johannes 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 Dasן... Lass mich in Ruhe... Er obras de, ich war eine Klecks事, ich hab das gesagt, dass ich es selber gesehen habe. NICHMAL... Jaja, ich trau dir trotzdem mir! Okay. Ich muss nicht mehr! Marcel, der Thomas! Chris ist es! Ne, 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 ne! Was ist von Marcel? Ey, Luis, ich hab grad grad'n Trainer ge- Luis ist der andere! Was, nein? Ich hab noch den Homeluns von dem an! Chris, hab ich abgeschossen, Chris? Was? Das ist Quatsch. Huh! Wer war's denn? Ja, natürlich! Ja, aber von der Runde haben wir uns nicht. Und man ist ja die ganze Zeit schon angeguckt, dass wir beide Trailer geworden sind. Auf einmal fährt da so'n scheiß Thomas an mir vorbei. Ich hatte Glück, dass ich genau in dem Moment ausgewichen bin. Alter, da hatte Stefan Lack diese Runde! Ey, hab ich jetzt grad eigentlich ne Melon und ne Taube überlegt? Ja! Wie hast du das gemacht? Mach den God-Mode aus. Ja gut, die Melon hat mir nur das Hälfte abzogen und die Taube ist gegen den Baum vor mir gefroren. Mach uns das Rundbad halt aus! Baum! Ich fand das so... Was, wie du Chris? Das... Ich kill! Aua, ich bin angestellt! Ne, 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 ne! Stefan! Hä? Dann was? Nur... Mal kurz zu frage... Oh, sorry! Was ist denn hier grad passiert? Moment mal! Hm? Alles klar, ihr beiden seid halt. Warte mal! Ne, ne! Ich hab die Fasche gemacht! Ja, genau! Ah! Und da kam es auf! Das war ein Zwie! Ja, Alter! Du hilf! Wieso hast du Stefan erschossen? Ja, weil ich auf den Krieg geschossen hab! Ja, weil ich auf den Krieg geschossen hab! Wenn ich... Wenn ich mich da erschossen hab! Ja! So ein Wechsel! Sorry Chris, ich wollte dir zuvor kommen! Du bist grad so schön... Ne, dieses Mal war ich Traitor! Lagen halt alle tot! Da ist man einmal... Einmal später und kann nix machen, ey! Weil alles schon so schnell geht! Du bist einfach Stefan wegrotzt! Ich wollte Stefan die Melonen in die Fresse! Du bist direkt abgeschossen! Ja, weiß ich! Ich seh dich da vor mir laufen und dachte mir... Nein, Kollege! Nicht schon wieder! Jetzt krieg ich... Jetzt du dich da rein! Ich hab gar nicht geguckt, ob ich Traitor bin! Ja, wow! Ich hab einfach vom Kreis gelaufen! Nein, Stefan! Nein! Ach, ne! Nicht erst wieder! Geh weg! Ich will dich doch einen random kill machen! Doch! Alles? Okay! Teil! Geil! Ich weiß, ich kann dir alles so nix sagen an mir vorbeiglaufen! Hallo! Hi! Echel? Ja? Trau dir nicht! Ich trau dir auch nicht! Ich trau niemanden von euch hier! Ach, wie komm das nur? Explizit Stefan nicht! Äh, wieso nicht? Weil du gerade so auf mich zugerannt kamst! Ich ko-komm-mula-tor! Warte, warte, Mann! Ja, 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 ja! Ich denk irgendwie... Hallo, du bist? Nee, Stefan so nicht! Stefan! Oh! Was hat Stefan? Was hat Stefan? Was hat Stefan? Da ist ein Sneaky Launcher! Du! Nee! Moment, das war gar nicht von Stefan! Was war das für ein random kill? Ich hatte da nie... Da war ein Sneaky Launcher! Hä? Hier war ein Sneaky Launcher! Und die... Okay, welcher? Nee, der Turtle! Turtle! Oh! Nein, natürlich! Die greifen dich an! Oh, ich hab einen Traitor-Defibrillator! Er schießt mich wegen der stinknormalen Diegel! Pfff! Hey, lass mich! Ich hab... Ich hätt grad deinen eigenen Traitor-Kollegen benehmen! Egal! Ah! Entschuldigung! Er war selber! Nee, nicht von dem Spielchen! Ähm... Ähm... Hahahaha! 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 Was denn denkt sich auch noch so? Schießen ist überhaupt wert! Ja, war das? Hinter dir war ein Sneaky Launcher und ich... Da war ein Sneaky Launcher und ich... Da war ein Sneaky Launcher und ich... DIGGEL! Ja! Aber ein Sneaky Launcher wird auch von der DIGGEL geschossen! Und hinter dir war ein Sneaky Launcher! Hä smokes? Hahahaha! Da war wirklich eine! Das ist kein Witz! Der rumschischen harmed auf mich, wenn hinter mir einer war! Du hätt sich ja umdrehen können! Du hast das-Ein ein, was ich grad gesehen hab, und du hättest daran verreckt! Mensch, Luis! Wirklich, Andi! Hahahaha! Ich wusste nicht, dass... Ich denke mir dass... Da liegt ne Schildschotter am Boden ... hrig den chl的 Schling position auf... Dann... Oh, die greift mich hier an! Moment! Hö? Wie hie? Ich bin wahr so verwirrt... Er wow! Nein, nee! Das kippt doch nicht auf dieser Tag Map! Das ist so hauer! Hey, geh weg! Guten Abend! Hallo Chris, hallo Chris! Was denn? Stefan! Du wirst zu Hause! Nein, lass mich in Ruhe! Ach, ich Idiot! Louis? Ja? Ja? Erstmal schnuppern! Hallo Chris! Wenn du Stefan suchst, der ist bei der Polizeistation rechts! Ey! Warte! Ah, der ist ja wirklich drin! Hi! Der ist hier bei dem, äh... Elbenteil... Nein, Louis! Hallo! Stefan ist kaum nach unten! Nö, Stefan ist wieder rausgegangen, oder? Chris geht nach unten! Halloooo Hallo! Nein, hab ich! Nee! Chris... Chris hat's da mit ner Menge und weg gemacht! Luc! AH SELL! посмотр Budd GDP! Ich hab' nur irgendwie nur drauf gewartet Also alles... hier ist Chris, warte mal wohl Stefan da ist Stefan Alter Marcel was hast du gemacht, ich hab nur noch neuner Piga gehabt Hauptsache ich hab Marcel aber uns wieder auf der Anfang der Runde so angeguckt sie wieder, weil ich weitergebrochen das probiere ich auch, wir haben sich nicht an, wir gucken uns an, wir schießen dann sofort Hä, wie, wo, was, wo? Wir gucken uns jetzt an so, jetzt bin ich aber gespannt, ne, 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 wir bleiben stehen Ah Ambush Was sucht ihr denn? Oh pfff Es war keiner von beiden Was? Was seid denn? Wie viele Kackmongos? Jetzt hab ich mich völlig random weggemacht Ich dachte einfach, komm schieß dir mal Mal gucken, was hat passiert Boah Ich hab irgendwie gehofft, dass wir beide Trader-Learn nicht mehr weg sind Irgendwie hab ich glaub Irgendwie glaub ich hab wir dieses Spielsystem ja nicht so ganz geblischt Nee Wie ich jetzt, ab, der, der, der Vorletzte bin von den Punkten her, oder doch, ey Fick ich mich, ey Mir stinkt, wenn ich nur Ja, aber was willst du ihn auch einfach? Ja, wenn ihr mich da auch Ah Es hätt er sein können, dass er Trader ist Ach nee, nicht er schon wieder Boah, ey Hat der denn... Ey lol, ich dachte grad, jetzt hat er die erste Mellon geflogen Was willst du von mir Stefan? Nein Stefan Stefan Geh weg Geh weg von meinen Marcel, Marcel, Marcel Was ist mit mir? Wo stand's da? Marcel steht da Marcel steht da Marcel steht da Marcel steht da, Johannes ist es Moment, warum? Hä? Mach doch, wisch, go, ey, incendiary Du, Vollidiot! Äh, hä, die liegt da Ach, ja, eigentlich Ähm Ach, sag Ähm Da waren wir beide Du sollt eigentlich keine, äh Waffe in der Hand Hallo Bei ihm hier auch grad, Andi Ich hab ne Sniper in der Hand Ich weiß gar nicht, was ihr habt Moment mal, Luis Woher siehst du das? Wo bist du? Ich stand hier, ich bin hier eben so gelaufen Und da stand der Ach, da hast du hier Ähm Ähm, ich hab Angst Hä? Ganz interessant Ey Aha Johannes geht nach unten Ja, schön Ich kann doch wieder hochgehen Nein Ich sag dich, Jesus Ja, mach ihn doch weg Erstmal warst du auch immer richtig Nein 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 Ich helfe nur, nur ist er dazu Schau mal Er hat nein, es hilft mir vorst du dir wirst Wer sagt auch immer, das Ist der gerade verreckt? Da hat jemand eine incendiary, incendiary drauf Ja Wannes Ja Cool Wannes Wannes ist es? Was gedacht Wannes? Wannes ist es? Wannes ist es? Wannes ist es? Warum, warum, hab ich denn das? Hey, Johannes ist es? ich habe nicht immer gesehen ich bin da gerade auf der anderen seite stefan michael ist es safe ich glaube der ist im trade irgendwo passt auf ich bin zu unten hier mit marcel ich glaube chris ist tot hey warum lebt denn er nach das ist einfach wirklich ganz ehrlich wie du es einfach jedes verfickte mal recht ist das scheiße ich eigentlich nur weil ich ausgezappt bin vor allem ich freue mich gucke ich glaube mein handy und sehe einfach eine zweiminütige sprachaudio von cativo darauf habe ich jetzt ich habe mir nicht anhören marion auch wohl vielleicht wenn ich begriffen ein das wäre zu blöd so wird es auch selbst nachgewachter profi ich sag dir der johannes der wird wieder ich schätze diese ohne Gericht nicht das ist mir auch schon aufgefallen die ganze fangst buchler ist da jemand aufstappen ich war fast auf dem dach er war so warte wo ist der johannes bist du dir sicher dass das ist ja alter also ich zibiere es ist wieder geschütztwelle mir wieder so da vorne ist er da vorne ich war hier da runter der ist er der ist es wieder ja das hast du eben auch gesagt Beethoven wohi vein der wer war das der unterirdisch ich glaube das ist er Marcel ja ok identifizierte ok gab auch mich drauf gestoßen ok wir jetzt oft oo anti und ich sind es nicht wutar du die identifizieren also sorry Hey, immerhin, okay. Hier liegt auch noch einer. Okay, dann wird's. Dann ist es hier alles. Ah, hier unten ist der Mann ein. Pass auf, Mann und Mann. Kann man, glaube ich, nicht kaputt schießen. Guck mal unten rum. Oh, okay, Johannes ist im Traitoraum. Andi? Ja, ich leb noch. Lebst du noch? Ich bin grad vom Krankenhaus hochgekommen, aber oder ja. Was, du bist schon oben? Ja, ich bin's wieder runter gegangen. Ja, ich bin wieder runter gegangen. Ja, ja, der, der... Papa, hey, hey! Ah! Sorry, ich dachte, ich hab gar nichts der Jojo gelesen, sorry. Warum der Jojo? Ja, ich weiß, aber das war so im Affekt. Ja, halt. Da ist's. Da ist Sackgasse, da ist nix. Wieso? Wieso? Okay, wo bist du jetzt draufgekern? Scheiße, Mann! Ja, was war's? Ohne Spaß, bitte. Ohne Spaß, bitte. Ohne Spaß, bitte. Ohne Spaß, bitte, Alter. Ich bin stolz auf dich. Ich bin auf dich. Ich hab mich nicht auf dich gesucht. Ich hab mich nicht auf dich gesucht. Ich hab mich nicht auf dich gesucht. Ach, rein bis zum nächsten Mal. Tschau.